Ja, das ist der Innsbruck Hauptbahnhof bzw. auf Frachtenbahnhof beides anliegend. Schaut euch mal die Wolken an. Ich weiß gar nicht, ob man das so erkennen kann auf dem Video, aber das sieht so geil aus, diese Wolkenwand. Als hätte jemand die gerade frisch. Wie so eine Eiswand. Wie so, ja, Eisberge. Sieht so geil aus, finde ich. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Als hätte da jemand gerade frisch dran gekratzt und die glatt gemacht oder so. Ganz links meine ich natürlich. Nicht rechts. Rechts sieht es zwar gewaltig aus, aber da sieht es noch relativ normal aus. Ich weiß gar nicht, sind das Kulumu? Äh, Kulumu? Ne, wie heißen die? Kulum? Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist schon lange vorbei, wo ich das mal, wie die Wolken heißen, Zirn und was weiß ich. Ist aber wurscht. Was sieht so geil aus? Ja, eventuell gibt es ja heute Gewitter und Sturm. Mal schauen. Vielleicht ist das schon die Ankunft. Nein, keine Ahnung. Aber gewaltige Wolken auch da hinten. Ganz hinten auch so eine gewaltige Wolkenfront. Ansonsten ist der Himmel blau und leer. Aber da hinten ist eine Front. Geil. Geil.